Ich gucke wahrscheinlich schon seit über 40 Jahren James Bond. Ja, da könnt ihr die meisten von euch wahrscheinlich nicht mithalten. Und ich wollte mal so ein bisschen erzählen, warum ich überhaupt nicht mehr mit dem ganzen Franchise klarkomme, was ich mir vom Neuen erwarte, was für meine Erfahrungen sind und warum ich der Meinung bin, man sollte dem Craig oder dem Daniel oder wie auch immer oder dem James 007 doch ein bisschen Zeit geben zu sterben. Denn dafür ist eigentlich immer Zeit. Ich habe eine ganz komische Sicht auf James Bond und das ist eigentlich klar, wenn man sich die Historie beachtet. Ich habe ihn, und zwar der Erste, den ich gesehen habe, im Kino mit meinem Vater zusammen. Ja, das könnt ihr raten. Ratet mal ein bisschen, könnt ihr anhalten. Ich war sehr begeistert und das ist eigentlich total klar, wenn man meine Historie kennt und den Titel des Films. So, jetzt, kommst du drauf? Nein, es ist nicht Diamantenfieber, nicht Goldfinger. Nein, es ist Moonraker. Moonraker war mein erster James Bond. Und das war so, wow. Na, ihr könnt euch ungefähr erinnern an diese Zeit. Da kam ein Space Shuttle vor, das damals, das war eigentlich kein wirkliches, ja, das war schon eins, aber es hat auf jeden Fall, dem das nachher flog, verdammt ähnlich gesehen, und ich war hin und weg. War diese Weltraum und Laser und Beißer und diese Anfang, diese Szene mit diesem Gift, das war schon ein bisschen, ja, also in meinem zarten Alter war das schon ein bisschen, das ist aber nicht sehr angenehm, was der mit den Leuten da macht. Und das ein bisschen, ja, dieses, was man heute alles so als macho-mäßige sieht, das war so, cool. Hightech-Thriller-Cool. Heute würde ich den, ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen, wahrscheinlich sehr, sehr differenziert sehen. Aber so darf man es auch nicht betrachten. Also heute, wenn der Film kommen würde im Fernsehen, Kino, so, genau so, wie sie ihn da gemacht haben, auch mit dieser Handlung, der funktioniert, nee, er funktioniert technisch nicht. Er funktioniert auch insgesamt von dem, wie wir Filme machen, nicht mehr. Er funktioniert natürlich mit der ganzen Geschlechterrolle so nicht mehr wirklich. Wobei man sagen muss, eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen quer denkt, dann hat bei James Bond, gibt es einige Beispiele, dass eigentlich die Mädels dann doch wieder die Macht ergriffen haben, finde ich jedenfalls. Ich habe dann die in einer völlig chaotischen Reihenfolge gesehen, aber es gibt ja keine Reihenfolge beim James Bond. Ich glaube, Dr. No war einer so der ersten, Goldfinger war einer der späteren. Wenn er mich jetzt fragt, was ich für den besten James Bond halte, dann kommt meistens Goldfinger vor, weil ich, Gerd Fröbe, Gerd Fröbe ist einfach, und mein Lieblingssatz mit diesem lächerlichen Laser, wo James ihn fragt, do you expect me to talk? Also er ist unter den Laser gespannt und Gerd Fröbe interviewt ihn. Erweiterte Verhörmethoden, würden manche sagen. Und James fragt ihn, do you expect me to talk? Und Gerd Fröbe sagt, no, I expect you to die, Mr. Bond. Oh, ja, geil, geil, absolut geil. Dazwischen mit Logik dürfte es bei James Bond auch nur beschränkt rankommen. Aber damals hat es auch nicht so wirklich interessiert. Also in Maßen. Und der Punkt ist unter anderem, James Bond war immer technologisch und tricktechnisch immer topnotch. Was man da gesehen hat, war immer die Grenze des Möglichen und auch des Nichtdenkbaren. Denkt man an Goldfinger. Also das mit der Atombombe war natürlich gut inspiriert, auch mit dem Laser, der war damals so neu, dass sie gar nicht ganz wussten, wie sollten sie denn so einen Laser bauen. Übrigens, kleine Seitennotiz, wie auch in Terminator 1, da waren Laser auch Everything is better with Lasers. Lasers waren super. Da kommen wir später mal drauf. Und zum Beispiel auch dieses Navigationsding in Goldfinger, wo man auf dem Bildschirm dieses Beep, Beep, Beep sieht, wo er dann halt da dem einen Navigationssender gegen hat. Heute wusste ich, no. Und damals, das wäre ja möglich. Also, es wäre ja möglich, in ein Auto einen Bildschirm reinzukriegen. Ist ja schon mal der erste Punkt. Gut, dann wäre es möglich, so einen kleinen Sender zu bauen und dann wäre es möglich, auch einen Empfänger so klein zu bauen. Und das zieht sich eigentlich durch alle, James Bond, die ich gesehen habe. Und ich habe früher einige mehrmals gesehen. Es ist lang her. Also ich denke, ich glaube, bei Octopussy war das, wo er erst einmal so eine Bildschirmuhr hatte, eine Uhr mit einem Fernseher oder wo man ein Bild, bewegtes Bild zeigen konnte. Ich glaube, es war Octopussy. Das war auch völlig undenkbar, wurde natürlich gleich zur Uhrenwerbung benutzt, so wie James Bond immer natürlich zur Werbung benutzt wurde. Dann gab es kreuz und quer viele verschiedene Filme, die alle irgendwie was Besonderes hatten. Also dieses Spiel da hatten, wo sie gegeneinander spielen mit Elektroschocks und so weiter. Auch eine coole Idee. Aber ich kann es halt, eigentlich kann ich es nicht wirklich bewerten, weil ich sie halt immer in dieser Zeit gesehen habe, als sie kamen. Und es war damals, es war ein Ritus, wenn James Bond kommt irgendwann am Weihnachten, da geht mal rein, sofort. Da gibt es keine Diskussion. Und einer von den wenigen, wo ich weiß, wir wollten ihn damals eigentlich nicht so richtig mögen, war im Dienst ihrer Majestät, den man heute eigentlich auch anders sieht. James Bond verliebt sich und da kommt er noch so. Also sagen wir so, wenn ich euch jetzt einen James Bond spoilern kann, der schon, ich weiß nicht wie viele Jahre alt ist, dann seid ihr hier falsch. Seine Frau stirbt dann da und das ist auch die einzige Folge mit Layson B. Der hat uns damals in dieser Zeit überhaupt nicht gefallen. Heute würde man sagen, hat doch irgendwie was. Dann gab es natürlich immer Q und M und so weiter und Miss Moneypenny. Das war ein eingespieltes Team und ein eingespieltes Schauspiel, das immer irgendwie gleich ablief. Also der Film war immer irgendwie so aufgebaut. Am Anfang kam so eine Szene, die im Nachhinein meistens gar nichts mit dem anderen Film zu tun hatte, mit dem Rest des Films. Da passierte irgendwas. Wow, manchmal. Einmal ist er da mit Raketen, mit einem Raketenrucksack dann weggeflogen. Dann kam ein Vorspann, der immer, also als Kind war er nervig lang. Wenn ich die heute angucke, wenn man sich denkt, was, also kreativ, ohne Ende, meistens sehr guter Soundtrack. Meistens ein bahnbrechender Soundtrack. Ich fand auch Diamonds Are Forever. Wow. In der View to Kill oder For Your Eyes Only. Ich liebe diesen Song. For Your Eyes Only. I Do Not Need to Hide und so weiter. Dann gibt es so ein paar, die gingen unter. Es gibt auch ein paar, wo wir uns nicht einigen können werden. Zum Beispiel Golden Eye ist von Tina Turner ein super Song. Für mich ein unglaublich beschissener Film. Ist für mich kein James Bond. Haut für mich nicht wirklich hin. und ich weiß, da stehe ich sehr allein da. Ist mir aber wurscht. Wir waren da, war ja die Crew um James Bond rum. Es gab so ein Vorgehen. Er rennt zur Tür rein, also nach diesem Vorspann dann und dann schmeißt er meistens seinen Hut irgendwo auf die Garderobe. Miss Moneypenny macht ein paar anzügliche Bemerkungen. James will aber mit ihr nichts haben und dann rennt er rein und kriegt etwa die Hucke voll von M oder einen Auftrag oder beides und dann kommt er irgendwie zur Queue und dann werden ihm Sachen verkauft, etwas Besonderes, was technologisch auch heute völlig undenkbar, also heute schon, aber damals völlig undenkbar war und dann ging es los. Dann hat er, Entschuldigung, irgendein Mädel flachgelegt, was irgendwie mit dem Bösen zusammengearbeitet hat. Witzigerweise wusste eigentlich der Böse immer, wer er ist. Die wussten eigentlich immer alle. Der Böse wusste, er sagte immer, ja, servus, ich bin der Bond, der James Bond und der andere sagt, ja, servus, ich bin der Blofeld oder sonst irgendwas. Beide wussten, das ist der Gute, das ist der Böse und dann hat er ihn irgendwie gefangen genommen und irgendwie ist er dann da entkommen, entweder mit seinen Gadgets oder mit Mädels. Gibt es auch, wir denken an Goldfinger, ne? Die Mädels hatten auch immer Namen, die man heute nicht vergeben darf, also Goldfinger erinnere ich mich an die Szene, wo sie ihn fragen, ja, wie haben sie denn die Pussy Galore, was da glaube ich, dazu gekriegt, dass sie ihnen helfen, da ich muss wohl ihre mütterlichen Instinkte aktiviert haben, sinngemäß. Geiler Dialog gefällt mir, auch wenn, sonst natürlich Goldfinger, da kann man über sehr viel diskutieren, was sehr viel Quatsch ist. Ja, anderes Ding ist auch die Skiszenen und die Unterwasserszenen waren immer, eigentlich irgendwas von denen war immer drin, die Unterwasserszenen waren auch immer damals topnotch, das ist zum Beispiel Fireball, Thunderball, im Soundtrack sagen sie, Thunderball dazu, war immer ein, heute ist das auch nicht mehr sowas Besonderes, die Skifahrszenen, die waren auch immer, also Standmäßig, eigentlich immer das Beste vom Besten, das sind auch Sachen, die wurden dann immer in Fernsehshows durchgereicht, dass sie dann, was weiß ich, da gibt es irgendeine, einen mit einer Eisbahn, dass dann, da kann man normalerweise rückwärts die Eisbahn runterfahren, ist heute besser Green Screen und blöd. Punkt. Damals, die James Bond, da wurde sehr, sehr viel mit praktischen Effekten gemacht, ich mag eigentlich diesen Ausdruck Practical Effects oder Practical Tricks nicht, also in Realität gemacht, klar, da gab es auch schon Leinwandprojektion und da gab es, das weiß ich nicht, das vermute ich auch viel Green und Blue Screen, aber irgendwann war es mal dann vorbei, in diesem berühmten James Bond, ja, wir denken alle an Pierce Brosnan und stirb an einem anderen Tag, diese furchtbare Trickszene und jetzt sind wir aber auch schon langsam auf dem Weg ins Verderben, James Bond wurde angreifbar, er wurde, er hatte Gefühle, das war bei Craig ganz, ganz schlimm, machen wir mal ein Sternchen hier, bei Craig war für mich ein Riesenproblem, ja, die Zeitlinie und jetzt sagen viele, es gibt keine Zeit, wie bei James Bond, ich habe das auch lang gegoogelt und irgendwas mal auch wirklich zu blöd, es gibt kein Cinematic Bond Universe, anscheinend, aber Craig fängt ja wieder vorne an, er ist ja der junge, unerfahrene Agent, er hat eine weibliche Führerin, das klingt jetzt komisch, Judy Dench, Judy Dench ist göttlich in dieser Rolle, also, ich kann mir nie jemand anderen mehr in dieser Rolle vorstellen, aber plötzlich überkreuzen sich diese ganzen Linien, als er in Skyfall dann den DB5 fährt mit dieser Andeutung, die Judy Dench zu ihm auch macht, dass es der DB5 aus Goldfinger ist, aber jetzt kreuzt sich alles, da gibt es viele so Andeutungen, ich hätte es ehrlich gesagt einfach rausgelassen, so ein Quatsch, wobei Skyfall ist einer der wenigen Craig Filme, den ich wirklich gut finde, auch der Vorspann, der ist, also der Vorspann, ist, ich habe, ja, ich bin mal, als er dann verfügbar war, außerhalb des Kinos, ich habe den, glaube ich, mal fünfmal am Stück geguckt, weil der immer so, ich habe immer neue Sachen entdeckt, also der Vorspann von Skyfall, genial. Kommen wir zur Casino Royale, ja, ich mache auch Sprünge, aber James Bond macht er Sprünge, Moment. Casino Royale geht gar nicht, aus mehreren Gründen, und wir meinen jetzt nicht, also ich, die alte Verarsche-Fassung, sondern die neue, die ich auch schon als Verarsche gesehen habe, erst einmal sehr langweilig, dieses Kartenspiel, dann diese Wiederbelebungsszene, von diesem James Bond, der ja, ab jetzt, eigentlich mehr, ich sage mal, naturalistisch ist, diese Wiederbelebung, aber auch, das ist nicht so schlimm, aber, ich spoilere übrigens jetzt weiter, als da Eva Green, wie heißt der im Film, ist mir egal, der in dem Aufzug stirbt, boah, war das schlimm, ich habe den Film auch nie mehr geguckt, ich fand es schlimm, ja, ich darf ja auch mal emotional werden, das ist ja auch mal okay, und was ich erst jetzt gelernt habe, also wir haben jetzt September 2021, falls jemand das später guckt, der ganze Schmarrn hängt ja zusammen, und jetzt werden sich ja einige von euch sagen, was ist, das ist doch klar, oder, das Bla und Bla und Spectre und Bla und, und, Vespa heißt sie, ja, immer Bla und das große Böse und Bonds Bruder, normaler Bruder, dass das alles zusammenhängt, wisst ihr, wie mich das interessiert hat, Quantum Trost war ein furchtbar blöder Film, und, also, da ist ja, Quantum ist ja wieder diese Organisation, warum habt ihr angefangen, das zusammen zu murksen, das interessiert niemand, der Stand, ja, ich weiß nicht, niemand stimmt natürlich nie, der Standardzuschauer, hat eine begrenzte, ja, eine ganze Menge an Interesse, auch zeitlich gesehen, will sich nicht mit allem beschäftigen, das ist auch der Fehler, wo ich denke, dass das MCU dann irgendwann zugrunde geht, in der Hinsicht nicht zugrunde geht, dass es das nicht mehr gibt, sondern dass diese High Budget Filme nicht mehr bezahlbar sein werden, weil keiner mehr reingeht, weil es zu komplex wird, ja, und auch, was heißt zu komplex, es ist ja nicht so, dass wir jetzt blädzern, ihr habt bloß keine Lust mehr, den ganzen Schmarrn zu merken, James Bond muss consumable sein, in Einheiten, weil sie ja E-Bus alle Jahre, wenn es hochkommt vielleicht, oder waren es alle zwei Jahre, da habt ihr mich jetzt erwischt, also alle paar Jahre erscheinen und dann macht es doch keinen Sinn, dieses ganze zusammen, oh no, dieses große Ganze, nein, witzig ist natürlich, dass in der Craig-Reihe jetzt wieder ein Mann, M ist, und das Miss Moneypenny, Miss Moneypenny ist, also das wird eigentlich reinmünden in den James Bond, wie ich ihn kenne, aber das funktioniert natürlich nicht, keine Zeit zu sterben, und das ist der letzte James Bond von Craig, ich denke, sie werden damit das ganze Franchise beenden, also nicht, dass sie es wirklich beenden wollen, aber damit ist es dann mal durch, insgesamt. Schon hat die Diskussion, ob jetzt James Bond eine Frau werden soll, nee, also, nee, nee, also, nee, Entschuldigung, nee, ihr habt das ganze schon mit Männern kaputt gemacht, ihr habt mit Pierce Brosnan angefangen und mit Craig dann diese Figur, diese Figur James Bond kaputt gemacht. Ihr könnt natürlich, ihr hättet auch so eine Geschichte wie Born weitermachen können, für mich völlig, also, legitim sowas zu tun, in einem anderen Stil, Born war schon immer etwas handfester. Fand ich auch schade, dass sie das beenden, aber macht doch einen, mein Kollege nennen es immer Wochenfall bei Serien, macht einfach einen Jahresfall, einen Filmfall, da darf ja gerne die, so eine bisschen hintergründig hinterlegte Handlung über die Filme durchgehen, aber es darf nicht zum Verständnis wichtig sein und kleiner Tipp, falls ihr mal ein James Bond Drehbuch schreiben wollt, es muss mindestens die Welt in ihrer Existenz gefährdet sein und die meisten Leute, ungefähr in meiner Altersklasse, erwarten ein James Bond, wie ich ihn neulich beschrieben habe und jetzt werde ich sagen, ja, die sterben aus, ist okay, weil ich das Argument, dann lassen wir James Bond sterben und wenn ihr das anders machen wollt, wenn ihr einen gegenderten, ausgeglichenen, was weiß ich, keine Ahnung, was James Bond wollt, dann ist das völlig legitim, das ist mir auch scheißegal, das ist halt dann bloß kein James Bond, das kann ein super Actionfilm sein und das, ich würde mich auch darauf freuen, mal wieder einen Actionfilm mit einer Frau in einer in der führenden Rolle, in der aktiven Rolle, von mir aus, Transgender, ist mir doch völlig egal, es muss nur ein guter Actionfilm sein und sie müssen es halt irgendwie hinkriegen, dass der Hauptcharakter likable ist, nennen wir es mal so, oder relatable, kann man sagen, dass man eine Beziehung aufbauen kann und auch versteht, warum er von A nach B muss, ich erzähle immer das gleiche, aber das ist wichtig und dann müsst ihr euch halt auch ein bisschen Mühe geben, dass die Auflösung, also wie kam er dazu, wie hat er eigentlich dann den Bösen besiegt, das ist auch in James Bond nicht unbedingt immer glorreich, wie das passiert, ja, ich habe es jetzt gerade schon in Goldfinger gespoilert und ihr könnt viele andere wahrscheinlich angucken, wo es am Schluss einfach mit einem auf die Fresse hauen oder irgendeinem Gadget gelöst wird, okay, ist lang aufgebaut, in einigen James Bond sieht man es natürlich auch kommen, ich mache euch nur mal den Kugelschreiber vor, ihr wisst, was ich meine, und manchmal sind es halt auch die Mädels, die ihn retten und es war halt früher auch schee, ja, ja, ach Gott, jetzt kommt wieder dieses, die Frauen, das hat ja noch nie, doch, das hat eigentlich ganz gut funktioniert in den alten Filmen, bevor es andere kaputt gemacht haben, aber wahrscheinlich ist es so, dass die Zeit von James Bond von dieser Idee an sich kaputt ist, weil dieser technologische Schritt, den man da zeigt, den gibt es heute nicht mehr. Oder wir sind zu doof, weil, also wenn wir jetzt noch ein paar Schritte weitermachen, ist es Sci-Fi und James Bond und Sci-Fi, Moonrake, ja, passt nur mäßig zusammen und diese super böse Wichte, die fand ich eigentlich schon immer gut, ich fand es aber nicht gut, wenn sie miteinander verwurscht waren und dann ging es mir los, auch das ist das Spektrum aus dem Teil und dann diskutieren wir mal, ob es da die Rechte dafür gibt und lauter so Quatsch. Es funktioniert heute nicht mehr ganz so. Naja, das werde ich mir jetzt die Neuen angucken. Ich schau mal. Ich weiß aber nicht, ob ich mich ins Kino will, weil ich bin mir jetzt schon sicher, dass sie mich am Ende enttäuschen werden, weil sie wollen es ja immer alles abschließen. Irgendwie. gespannt bin ich, wen sie als Neuen James Bond ernennen werden. Aber sie werden es grundsätzlich vergurken und sie werden es dann wahrscheinlich, irgendwann stirbt halt James Bond dann über die Einstellergebnisse, so wie es MCU sterben wird, also diese High-Budged-Filme über die Einspielergebnisse. Außer das alles, was es alles andere, was es dann in Konkurrenz gibt, ist halt noch viel furchtbarer. So, das waren meine 5 Cent zu James Bond und warum man das Franchise sterben lassen sollte und warum ich eigentlich traurig bin, dass sie sowas anderes nicht hinkriegen. Also Triple X hatte mal kurz die Idee, da hinzukommen, nachdem es dann irgendwie für, ich weiß auch nicht, sie hat es auf andere Art und Weise von Murks Triple X, möchte ich mal sagen. Boah, wäre auch eine Idee gewesen. Auch eine gute Geschichte. Da gab es, ach genau, da gab es dazwischen den Film, das ist eine neue Geschichte und ich glaube, die wird dann auch ein andermal erzählt werden. Bis dahin, Servus.